genau so ja das ist ja super haut hin du musst dann überhaupt lang ach so läuft hier mal hinterher das ist aber schon wieder sehr nah ja oh nein ich bin voll in den rein soja ich habe die gerade die mutter mutter weggemacht gut und blute muss mich jetzt nicht gut verbinden und mir eine spritze geben spritze alter wo kommen die denn herr die sind jetzt auf jeden fall in unserer nähe oh ja das war schon sehr nah und ich habe nur so eine arme brust obwohl die hat ja bei den gegnern auch ganz gut geholfen wenn man damit umgehen kann ich weiß es zu sie frage wo diese schon wieder sind vielleicht sind sie auch wieder weiter weg was ich festgestellt habe es hilft echt einfach sich gar nicht zu bewegen und dann sieht man ja ob irgendwo was vorbei gelaufen kommt das stimmt gar nicht so verkehrt aber wenn man steht dann ist man auch ein sehr gutes ziel das stimmt auch bis man hockt dann jetzt kommen sie wieder näher das ding nachzuladen ist ja furchtbar das ist egal hast du mit der armbus auch nur ein schuss ich vermute mal dass die bestimmt hier in diese richtung sind vor uns links irgendwie alter was war das denn die maschinengewehr oder ich weiß auch nicht sie haben dann gehört ich glaube die kümmern sich schon um einen alter das ist echt wie silvester hatte wo hängt die denn da oben ist eine saaten mutter und jetzt soll es denn links wieder wollen wir noch mal hinterher es ist aber ein scheiß gelände hier das stimmt ach du magst jetzt die oder was ich wollte mal gucken ich bin ein bisschen neugierig spinne verband wussten die nordosten ok da so ich kann ja auch du siehst ja dann diesen riesen strudel wenn du in den himmel guckst er genau drückt stimmt dass er jetzt sich noch nicht nur da sind dann noch gegner so ähnlich wie bei uns wenn wir dann wem platt gemacht haben und hängen da ich habe manchmal das gefühl dass es dann im gebäude wahrscheinlich beschissener ist und für außen vielleicht einfacher obwohl naja ich halt mal lieber meine klappe von uns gehe ich wieder drauf und dann stimmt meine theorie wieder nicht das war schon wieder sehr nah so schleichen wir uns hier mal hoch ich wollte doch gar nicht ballern ich wollte euch hier weg weiter wie viel zombies hier hinter mir hinterher laufen so ich komme mal mit dir mit das ist weit weg ich würde hier irgendwie ballern ich muss mal meine blutung stoppen und mir eine spritze geben so okay ich wollte da rum ballern es gäbe es keinen morgen das ist ja echt fette wie was haben die denn für knarren alter sehr geil wie du looky looky machst ja das ist ja das ist ja direkt hier ach so hat eine trophy aufgenommen das heißt der ist ja irgendwo die kommen jetzt bestimmt mal hier raus alter die rotzen aber richtig rum ich könnte da hinten mal das fass anschießen naja ist da vor uns einer aus dem feuer raus gelaufen oder habe ich es nicht so gut habe ich was am auge gehabt das kann schon sein die sind da scheinbar noch drin ja die sind doch da ich bin tot ich weiß nicht von wo ich habe jetzt nicht drauf geachtet ich denke von links oder links schräg vorne und also so das fass wird ihn umbringen ja oder ich hoffe er hat es nicht überlebt jetzt kommt wieder einer durchs wasser kommt schon kommt schon kommt schon ich glaube jetzt kommt schon wieder daneben vor aufregung komm 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 schon kommt schon wo ist denn hört sich nach links von diana würde ich auch sagen das war gar nicht ob ich den anderen typen erwischt habe da hinten hat sich einer selber erledigt glaube ich ach so die haben mich bestimmt geplündert die waren bei meiner leiche ich komme mir vor wie so ein indianer ich komme mir vor wie so ein indianer wo ist denn ach sonst belebe mich einfach wieder du stirbst oder ne mach wie du denkst weil nachher stirbst du bleibst solange ich wiederbeleben kann ist doch das wäre super gerade wie auf uns lauf weg aus dem haus heraus in die falsche richtung gehofft und also nichts trotzdem schön da unten da lassen dann hat der extra